Und ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen zu den Damen und Herren des Theaterfördervereins, die es im Rahmen der Aktion jeder Schüler ins Theater ermöglichen, dass nicht nur Schüler diese Aufführung sehen werden, sondern das, was uns alle im Moment so beschäftigt. Es werden auch viele, viele Jugendliche aus Auffangklassen da sein, die erst wenige Wochen, wenige Monate hier in Hagen sind, wo man sich immer wieder die Frage stellt, boah, kriegen die denn das mit? Die verstehen ja auch noch kein Deutsch. Aber wir hatten in den letzten Wochen Auffangklassen hier. Und Theater ist keine Frage des Verstehens einzelner Worte, sondern Theater versteht man darüber. Und da haben die das alle kapiert. Und ich freue mich, dass wir gerade in den nächsten Wochen viele dieser Jugendlichen hier haben werden. Theater ist, so empfinden sie immer in die Mitte der Stadt.